Guck mal. Kaputt, kaputt. Die Kassette habe ich eigentlich heute immer noch. Gott sei Dank konnte ich die retten. Hörst du den? Ja, klar. Viele Sachen konnte ich retten, stimm es nicht. Schau mal, der ist. Ja, 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 mit dem Rädel. Krass, morgen geht die Kappenschef für mich. Morgen. Ja? Ja? Erst zur Morgen schauen. Ja. Zum Onkel. Ja. Ah ja. Bis fahren, bis du dann wieder schauen. Da ist schon ein bisschen bei Fahrrad. Ich bin nicht schauen. Wie, nach München? Ja. Nimm das Fahrrad mit. Na, 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 na. Ich nimm's mit. Nach München. Ja. Ja, bleibst du da gleich oben, oder? Ja, weißt du nicht. Aber bleibst. Ja, ich will nach München drücken. Aha. Wie lange, weißt du nicht? Weißt nicht. Aber am Montag habe ich einen Vorschlag, also werde ich dann so lange dort bleiben erst mal. Ach so, da ist am Montag. Und dann gibt noch einen Vorschlag. Morgen ist Zeitdorf. Und wo ist das? Was machst du denn? In Grefelfingen. Ja, das ist eine gute Gegend. In Grefelfingen. Aha. Und als was? Wo? Ja, an der Rezeption. An der Rezeption. Aber muss ich schauen. Medizinisch? Ja. Du hast den Termin am Montag. Ja. Wenn wir zwei zahlen, ist in Ordnung. Dann würde ich auch gerne eine Wohnung dort in der Nähe halt suchen, bevor ich da keine Ahnung habe. Ja, aber er hat gesagt, es ist immer besser, wenn du wirklich stattdessen bist du schon. Aber in München ist deinem Fahrradfilm. Weißt du, dann sagst du gleich mit uns. München, Fahrradfahren. Ja. Ich würde mich gar nicht schütteln, wenn du sagst.